finaltag der darts weltmeisterschaft 2024 am dritten ersten 2024 luke hamphries gegen luke littler egal wer gewinnt beide haben es verdient der der es nicht verdient hat ist schon lange raus nämlich michael von gerven der sich noch nicht mehr entblödet über luke littler zu lästern er sehe aus wie 64 dabei hätte er viel mehr anlass über sein eigenes aussehen rumzulässern denn denn erstens sieht er aus wie und zum zweiten benimmt er sich auch mit der wahl der blöden Ja.